die und dann wird die leeren Trink in die Lava ich hab doch gar keine mehr es wird die leeren Trink in die Lava ja wenn ich mich hier hätte ich hab gar keine ich muss mal mit dem 2 Hohenschwerter weg Alter gib mir meine Chefpläne Alter gib mir mal die Hose ich hab deine Hose nicht ich hatte gerade eine Hose jetzt ist die Hose weg ich lache mich auf einmal aus und du bist tot Alter wie knapp wie knapp wie du gerade 1,5 Herz hattest als du wenn da 15 steht hast du ein AHHHHH das Buch brennt ich brenne jetzt auch das Buch ich kann mich ausmachen ich habe angefangen zu brennen ich muss sich in Regenerationstrakt trinken das Regenerationstrakt trinken Stärke Trinken egal alles ich in die Gänzungen das Buch das Buch das Buch das Buch das Buch ich habe zwei Schwerter. Geh perr. Soll ich mit dem Dreck? Gib mir dein Schwerter. Okay, doch. Wie es so fast kaputt ist, ey. Das ist ein Anti-Spinn-Schwerter, was du da hast. Ja, hier sind wahrscheinlich Spinnen. Tja. Oh, ein Schwerter, guckst du! Ah, das ist richtig gelaufen, nein, nein! Der Werbeck, der Werbeck, der Werbeck! Ich gestokoladen für mich aus die Velenkolleg реale Trauschen cieżomet producten Sie wird einfach tot werden. Oh, ich glaub nicht, du kommst anschließen, ich bleibe nicht schlägt Also, ich geh nicht schneller als du... Phoebe! es und war aber schlackverlärt bekommen gar nichts mehr nur ein Bundeswort ey komm mir mal hast du 20 Level und 10 okay dann muss ich mir wohl die nächsten Welt Nächste Welt oh, ich hab nur ein halbherzen ich bin tot das war so klar ah, die Hexe, verzieh dich, verzieh dich ja, wie du mit einfach wegrennst und nicht hier kämpfen musst das werde ich vorerst dringend tot nein, schmeißt mich nicht in die Lava warte jetzt kommis du am Arsch hast ja nur noch weh also der Silberfisch, neck mich weg mich jetzt sterb ich wegen dem Silberfisch ah, ich hab mich voll schon ran getrunken oh mein böse Silberfisch äh, Deathcount, wie viele? vier, äh, drei glaub ich jetzt ich hab echt drei glaub ich drei nein 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 also, warte ich hässste Alter ich hatte grad 10 Hürden ich bin mir vom Entrogen ja, die hauen mich hier in Lava ich komm gar nicht mehr raus ich hab heute ziemlich grad gekillt stirb Hexe nein nein ich geh Lava ne ich ein Lava burn, burn burn wenn du schlägst mich wie du schlägst mich ich brauch nen Hightruck ich verburne grad genau jetzt war es sich wieder voll okay noch ein nach oben 1 3 Viertel ist kaputt es kann nicht kaufen wenn ich mir so schlecht was und ihr könnt der ist die Kürze schützt immer noch wenn es nicht mehr zauberstellt ich hab die nächste Welt gerufen es ist jetzt werden wir beide stehen ich hab euch mal voller HP ich habe keine Heimdrecke Oh, ich habe gar nichts, Alter! Oh, nein! Alter, wie viele! Ja! Ja! Ich bin mir einfach überall hinkaufen! Nein! Gedeckt! Oh, scheiße! Ja! 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 Ganz genau, Alter! Ja! Oh, wir haben vergessen die mehrere Park zu machen. Da musst du es halt so aus sein. Nein, lass halt. Sorry, aber ich muss es dann schneiden. Guck mal, ich weiß nicht, wie viel ich gerade einmal hier hink habe. Hebe die auch hinter dir, was auch immer. Alter, renne dir nicht vor die Schwerte, ey! Ja, mach! Ich schneide es dann in ein paar Teile. Nein, sterbe! Nein! Komm mir gar nicht mal aus der Lava raus! Alles wegen dein Zombie so gut! Descount! Neck mal! Tja, 3,4,7,6,8,7,7,7,24,7,7,141,1auen,0-0.1-3, Turnt,810,10,6,8,7,7,7 misunderstood, wurde, um die sind fest und so der Steinschmerz und ins Bett wird und auch bei der Rüstung die Rüstung sie so schlecht ist das Kumpel so zieht sich für dich zu verzaubern denn es ist der Gliederfüße 2 da egal ist aber das da kommt ein 20 und das geht schien die lehner die leiter ich will nur auf ich will nicht in die Lava schlagen das waren drei Rückschlüsse ich hatte noch drei herzländerte drei herzländerte die Stiftung ich habe den Kopf das ist voll wenig drin ich nehme noch auf wir machen das jetzt einfach ich hab mich zu essen aus dem Katzen gibt es die St ein Kegshaus die Gäste in der Zündung sieben noch dreimal der Kompetenz in der Klinik es gibt ja noch das Zeug von meinem Leben die Hälfte das war schon vorbei und das war es die erste Folge die erste Folge des Erzweißers erst wieder wahrscheinlich okay dann bis zum nächsten Mal mal ich kann grad nicht mehr warten bei mir klopft jemand okay dann tschau bis zum nächsten Mal